Die Fans auf Schalke jubeln. Ein junger Spieler gibt sein Bestes. Der Junge hat Talent, aber auch ein Riesenproblem. Er verbirgt ein Geheimnis, das alles kaputt machen könnte. Das kannst du einfach nicht bringen, Junge. Was? Schlimm genug, dass du nicht lesen kannst, aber fahren ohne Führerschein. Was macht ihr mit ihren Verträgen, wenn sie nicht einmal lesen können? Du arrogantes Arschloch! Das ist immer gut so. Halt doch einfach die Klappe, wenn du hast keine Ahnung. Ich weiß genau, wie du dich die ganze Zeit gefühlt hast. Ach ja? Wie denn? So! Weglaufen geht nicht mehr. Er spürt, wofür sein Herz schlägt. Weißt du was? Triumph! Sebastiao weiß, was für ihn zählt. Er will wieder für Schalke kämpfen und siegen. 1 zu 0 durch das Ergebnis durch Sebastiao! Du hast noch was gut bei mir. Das Kreuz mit der Schrift. Immer freitags um 21.45 Uhr in BR Alpha. B G B B B B B B B B B Wenn das Holz ordentlich brennen soll, muss Luft durch den Holzstoß ziehen. Verbrennt ein Stoff, dann reagiert er mit dem Luftsauerstoff und dabei wird energiefrei. Nicht alle Verbrennungen verlaufen so spektakulär wie ein Raketenstart. Oder auch ein Feuerwerk. Die meisten Verbrennungen verlaufen nahezu unbemerkt still und leise. Wie hier in den Gaslaternen, die die Straße erleuchten. Oder auch beim Rosten unedler Metalle wie Eisen. Der Luftsauerstoff verbindet sich dabei mit dem Metall. Chemisch betrachtet ist deshalb auch die Korrosion eine Verbrennung. Und auch im menschlichen Körper werden Stoffe verbrannt, um Energie zu gewinnen. Zum Beispiel für die Bewegung von Muskeln. Schüler bei einer Prüfung. Die Köpfe rauchen. Auch Denkvorgänge verbrauchen etwas Energie. Vor allem aber ist durch die Aufregung und den damit verbundenen erhöhten Sympathikotonus der ganze Körper in erhöhter Bereitschaft, was relativ viel Energie erfordert. Die Brennstoffe dafür sind Kohlehydrate, Eiweiß und Fette. Doch natürlich gehen auch diese Verbrennungen nicht ohne den Sauerstoff aus der Atemluft. Grüß Gott, liebe Zuschauer. Auch für mich noch etwas Brennstoff, bevor wir hier so mitten im Thema sind. Alle Verbrennungsvorgänge, also auch die in unserem Körper, sind sogenannte Redoxreaktionen. Was man darunter versteht? Nun, darum geht es heute. Aber zuerst einmal nicht zu dem in uns lodernden Feuer, das wäre für den Anfang doch etwas zu kompliziert, sondern zu einer ganz einfachen Verbrennung. Und zwar hierzu blase ich feines metallisches Zinkpulver in die Flamme. Und haben Sie es gesehen? Eine heftige Reaktion. Und das metallische Zinkpulver hat sich mit dem Luftsauerstoff verbunden. Man sagt, es wurde oxidiert und es entstand Zinkoxid. Noch heftiger ist eine Reaktion, wenn ich diese Eisenwolle jetzt hier anglühe und hier in den reinen Sauerstoff bringe. Sie sehen, es reagiert sehr, sehr heftig. Nun kann man eine Oxidation auch wieder rückgängig machen. Man muss dazu nur dem verbrannten Stoff, in diesem Fall also dem Eisen, den Sauerstoff wieder entziehen. Und dazu verwendet man Wasserstoff. In diesem Experiment leiten wir Wasserstoff aus dieser Gasflasche über das rostbraune Eisenoxid. Es kommt zu einer chemischen Reaktion. Dem rostbraunen Eisenoxid wird durch den Wasserstoff der Sauerstoff wieder entzogen. Man sagt auch, es wird reduziert. Das rostfarbene Eisenoxid färbt sich langsam schwarz. Reagiert die Eisen-Sauerstoff-Verbindung, das Eisenoxid Fe2O3 mit Wasserstoff H2, so können sich drei Wasserstoffmoleküle mit drei Atomen Sauerstoff O zu drei H2O verbinden, wobei zwei Eisenatome frei werden. Als Reduktion, das heißt auch Rückführung, wird das Ablösen des Sauerstoffs bezeichnet. Das Eisen wird reduziert. Danach tritt es elementar, das heißt unverbunden, als Element auf. Oxidation und Reduktion sind einander entgegengesetzte chemische Reaktionen. Die Oxidation ist hier die Verbindung eines Elements mit Sauerstoff. Die Reduktion entsprechen die Ablösung von Sauerstoff durch Wasserstoff. Untersucht man die atomaren Vorgänge bei der Oxidation und nehmen wir hierzu die Oxidation von Zink, wie im vorigen Versuch, so stellt man Folgendes fest. Zink reagiert mit Sauerstoff unter Bildung von Zinkoxid gemäß der Gleichung 2Zn plus O2 ergibt 2ZnO. Diese Verbindung besteht aus Ionen, nämlich zweifach positiv geladenen Zinkionen und zweifach negativ geladenen Sauerstoffionen, die sich gegenseitig anziehen. Da nun die beiden Zink- und die beiden Oxidionen gegensätzliche elektrische Ladungen tragen, die Ausgangsstoffe aber elektrisch neutral sind, beruht die Reaktion offenbar auf einer Umverteilung von Ladungen. Insgesamt vier Elektronen, abgekürzt 4E-, werden aus den Hüllen der beiden Zinkatome abgelöst und auf die Sauerstoffatome übertragen. Dies wirkt sich auf die Reaktionspartner folgendermaßen aus. Die beiden Zinkatome, aus denen die vier Elektronen stammen, verwandeln sich in zwei Zinkionen mit je zweifach positiver Ladung. Jedem von ihnen gehen ja zwei negative Elektronenladungen ab. Das Sauerstoffmolekül O2 andererseits nimmt die vier Elektronen auf. Es zerfällt dabei in zwei Oxidionen mit je zwei negativen Ladungseinheiten, was insgesamt der Ladung der vier aufgenommenen Elektronen entspricht. Für das Zink bedeutet die Reaktion mit Sauerstoff die Oxidation demnach eine Elektronenabgabe. In diesem Sinn kommt die Oxidation auch in der Gleichung für den ersten Teilvorgang zum Ausdruck. Werden nun umgekehrt vier Elektronen von den Oxidionen auf die beiden Zinkionen übertragen, so entstehen wieder neutrale Sauerstoffmoleküle bzw. Zinkatome. Die letzteren ergeben elementares Zink. Die Reduktion dieses Metalls, seine Zurückführung also aus der Ionenverbindung mit dem Sauerstoff, beruht somit auf einer Elektronenaufnahme. In der ersten Teilgleichung kommt mit dem nach links gerichteten Pfeil diese Reduktion durch Aufnahme der Elektronen zum Ausdruck. In der zweiten, ebenfalls mit dem Pfeil nach links, die entsprechende Elektronenabgabe. Nun lassen sich die Begriffe Oxidation und Reduktion in diesem Sinne erweitern und ganz allgemein für Elektronenabgabe bzw. Elektronenaufnahme verwenden. Demnach gilt dann als Reduktion auch die Elektronenaufnahme durch das Sauerstoffmolekül. In der zweiten Teilgleichung wird die Reduktion in diesem Sinn durch den Pfeil nach rechts zum Ausdruck gebracht. Entsprechend gilt als Oxidation auch die Abgabe der Elektronen durch die Oxidionen. In der zweiten Teilgleichung kommt diese Oxidation durch den Pfeil nach links zur Darstellung. Nun entspricht der Oxidation des einen Stoffes die Reduktion seines Partners und umgekehrt. Ein Vorgang mit Elektronenübertragung wird daher auch als Redoxreaktion bezeichnet. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass sich in einer solchen Reaktion Reduktion und Oxidation zugleich abspielen. Beobachten Sie mit dem soeben erworbenen Wissen nun die folgende Reaktion. Die umgebende Atmosphäre in dem Verbrennungsrohr ist diesmal aber nicht Sauerstoff, sondern reines Chlor, das dieser Gasflasche entströmt. Das Zink wird jetzt stark erhitzt. Und das entstehende Verbrennungsprodukt sieht zwar ähnlich wie das Zinkoxid im vorigen Versuch aus, es kann aber nicht Zinkoxid sein, denn Sauerstoff ist bei dieser Reaktion ja gar nicht beteiligt. Das weiße Pulver kann nur Zinkchlorid sein. Nach diesen Beobachtungen ist es naheliegend, auch die Reaktion von Zink mit Chlor als Verbrennung und damit auch als Oxidation zu bezeichnen, obwohl Sauerstoff nicht daran beteiligt ist. Und es erhebt sich die Frage, spielen sich vielleicht im atomaren Bereich zwischen Zink und Chlor ähnliche Vorgänge wie zwischen Zink und Sauerstoff ab? Dazu noch einmal diese Reaktion im Trick. Zink reagiert mit Chlor unter Bildung von Zinkchlorid entsprechend der Gleichung Zn plus Cl2 ergibt ZnCl2. Diese Verbindung Zinkchlorid nun besteht aus positiven Zinkionen und negativen Chloridionen, wie es die Schreibweise Zn2 plus plus 2 Cl minus zum Ausdruck bringt. Offenbar liegt dem chemischen Vorgang eine Umverteilung elektrischer Ladungen zugrunde. Zink und Chlor sind ja zunächst elektrisch neutral. Bei der Reaktion werden nun zwei Elektronen aus je einem Zinkatom abgelöst, wodurch der Rest positiv geladen als Zn2 plus Ion zurückbleibt. Dieser erste Teilvorgang lässt sich daher so darstellen. Zn geht über in Zn2 plus, wobei zwei Elektronen abgegeben werden. Verabredungsgemäß wird dies als Oxidation bezeichnet. Freilich gibt das Zinkatom die beiden Elektronen nur deswegen ab, weil sie vom Chlormolekül noch heftiger beansprucht werden. Durch die Aufnahme der Elektronen zerfällt nun aber dieses in zwei negativ geladene Chloridionen. Der zweite Teilvorgang besteht also in der Aufnahme von zwei Elektronen durch ein Chlormolekül. Diese Reduktion führt zu dessen Aufspaltung in zwei Chloridionen mit ihr einfacher negativer Ladung. Insgesamt handelt es sich um eine Redoxreaktion. Reduktion und Oxidation sind die beiden Teilaspekte dieses Gesamtvorgangs, der in der Übertragung von Elektronen besteht. Zn und Zn2 plus bilden ein sogenanntes korrespondierendes Redoxpaar. Sie sind in dem Sinne korrespondierend, also einander entsprechend, als sie eben durch Elektronenübertragung auseinander hervorgehen, und zwar wechselseitig. Denn auch die entgegengesetzte Reaktion ist möglich. Die Übertragung zweier Elektronen vom Chlorid auf das Zinkion stellt die ursprünglichen Verhältnisse der beteiligten Teilchen wieder her. An einer Redoxreaktion sind stets zwei korrespondierende Redoxpaare beteiligt. Hier bilden Cl2 und 2Cl- das zweite korrespondierende Redoxpaar. Denn auch sie entstehen auseinander durch Aufnahme bzw. Abgabe von Elektronen. In der Tat sind beide Verbrennungsvorgänge nicht nur äußerlich ähnlich. Sie entsprechen einander auch in ihrem atomaren Ablauf. In beiden Fällen werden Elektronen vom Zink auf die Reaktionspartner Sauerstoff bzw. Chlor übertragen. Da es viele Vorgänge gibt, die nach diesem atomaren Grundmuster ablaufen, hat es sich als zweckmäßig erwiesen, sie mit den gleichen Namen Reduktion und Oxidation bzw. Redoxreaktion zu bezeichnen. Die unterschiedlichsten Redoxprozesse kann man in einer Müllverbrennungsanlage studieren. Wird Müll unter Luftzufuhr verbrannt, entstehen Oxide in Massen. Verbrennen Metalle, entstehen Metalloxide. Verbrennt Kohle, entstehen Kohlenoxide. Chloride können entstehen, wenn chlorhaltige Substanzen, zum Beispiel der Kunststoff Polyvinylchlorid, in die Verbrennungsanlage kommen. Und all diese Abfallgase lösen sich natürlich nicht in Luft auf. Ein Teil wird von Rauchgasfiltern festgehalten. Der weitaus größere Teil entweicht durch den Schornstein in die Atmosphäre. Das aus einer Müllverbrennungsanlage entweichende Gas enthält neben den Hauptverbrennungsgasen Kohlendioxid, CO2 und Wasserdampf, H2O, Luftstickstoff, N2 und überschüssigen, bei der Verbrennung nicht umgesetzten Sauerstoff. Auch Chlorwasserstoff, HCl und Fluorwasserstoff, HF, Schwefeldioxid, SO2, Stickoxide, NOx, sowie Kohlenmonoxid, CO und eine Reihe organischer Schadstoffe wie Kohlenwasserstoffe und Chlor-Kohlenwasserstoffe aus unvollständiger Verbrennung entweichen aus dem Schornstein in die Atmosphäre. Zu den größten Oxidationsanlagen gehören neben den Müllkraftwerken auch die Kohlekraftwerke. Um Energie zu gewinnen, wird hier Kohle verbrannt, also oxidiert. Im Verbrennungsschacht des Kraftwerks verbinden sich die Kohlenstoffatome aus der Kohle mit den Sauerstoffatomen aus der Luft. Kohlendioxid entsteht. In der Schaltzentrale des Kraftwerks wird der Verbrennungsvorgang Tag und Nacht kontrolliert. Kohle enthält neben Kohlenstoffatomen aber auch noch Schwefelverbindungen. Beim Verfeuern der Kohle wird deshalb stets auch Schwefel mit verbrannt. Bei seiner Oxidation entsteht Schwefeldioxid, SO2, ein Umweltgift. Weil daraus an der Luft in Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit Schwefelsäure, saurer Regen entstehen würde, darf das Rauchgas nicht einfach durch den Schornstein in die Atmosphäre abgeleitet werden. Das Schwefeldioxid muss von einer Rauchgasreinigungsanlage zurückgehalten werden. Das geschieht bei der Rauchgaswäsche. In den Rauchgaskessel wird Kalkwasser zusammen mit Luft gesprüht. Das Kalkwasser enthält fein verteilten Kalkstein, Calciumcarbonat. Kommt der Kalkstein mit dem Schwefeldioxid zusammen, reagieren die Moleküle dieser beiden Stoffe miteinander. Die Rauchgasentschwefelung im Trick. Die Schwefeldioxidmoleküle, SO2, des Rauchgases treffen auf die Kalksteinteilchen CaCO3 aus der Waschlösung und entreißen diesen ein Sauerstoffatom und ihr Calciumion. Dabei entsteht Calciumsulfid, CaSO3 und auch Kohlendioxid, CO2, das als Gas durch den Schornstein entweicht. Das Calciumsulfid sinkt nach unten und verbindet sich mit dem Sauerstoff. Dabei entsteht Calciumsulfat, das noch Wasser aus der Waschlösung enthält, CaSO4 mal 2H2O. Besser bekannt ist diese Verbindung unter dem Namen Gips. Wenn das feuchte Calciumsulfat aus dem Waschturm kommt, wird es noch einmal gewaschen und anschließend getrocknet. Auf dem beheizten Förderband verdunstet das Wasser. Trockener Gips entsteht. In Spitzenzeiten produziert das Kraftwerk stündlich über 10 Tonnen Gips. Als Baumaterial oder zu Gipsplatten weiterverarbeitet, kann dieses Produkt aus der Rauchgaswäsche beim Hausbau verwendet werden. So wird ein Abfallprodukt der Kohleverbrennung zu einem nützlichen Rohstoff für die Bauindustrie. Aber nicht nur feste Brennstoffe, sondern auch bestimmte Gase können oxidiert werden. Beispielsweise Methan. Dieses Gas verbrennt anscheinend vollständig. Wenn ich aber das Verbrennungsgas an einer kalten Glaswand sich abkühlen lasse, dann schlagen sich Wassertropfen nieder. Das heißt, im Verbrennungsgas ist Wasserdampf enthalten. Außerdem entsteht aber beim Verbrennen von Methan noch ein weiteres unsichtbares gasförmiges Reaktionsprodukt. Es wird sichtbar, wenn ich das Verbrennungsgas in Kalkwasser einleite. Der entstehende weiße Kalkniederschlag ist ein eindeutiger Hinweis. Im Verbrennungsgas ist in hoher Konzentration Kohlendioxid enthalten. Ähnlich reagieren auch die anderen Kohlenwasserstoffgase aus der Reihe der Alkane. Das Ethan, das Propan und das Butan. Auch sie verbrennen bzw. werden oxidiert. Und dabei entsteht immer in großer Menge Kohlendioxid. Die Oxidation der Alkane muss jedoch nicht immer gleich vollständig ablaufen. Es können sich auch Zwischenstufen bilden. Und so entsteht eine sogenannte Oxidationsreihe. Wird vom Methanmolekül CH4 ein Sauerstoffatom, also ein halbes Molekül, aufgenommen, entsteht daraus Methanol, CH3OH, ein Alkohol. Landläufig bekannt unter dem Namen Holzgeist. Reagiert dieser Alkohol mit einem weiteren Sauerstoffatom, wird daraus unter bestimmten Reaktionsbedingungen zunächst Methanol, HCHO, besser bekannt als Formaldehyd. Bei dieser Oxidation allerdings wird der Sauerstoff vom Methanol nicht aufgenommen, sondern er verbindet sich mit zwei Wasserstoffatomen aus dem Alkoholmolekül. Dabei entsteht neben dem Formaldehyd auch noch Wasser, H2O. Formaldehyd kann bei Anwesenheit von Sauerstoff und bei entsprechenden Reaktionsbedingungen weiter oxidiert werden. Dann entsteht daraus Methansäure, HCOH, die als organische Säure besser unter der Bezeichnung Ameisensäure bekannt ist. Ebenso kann vom Ethan ausgehend eine Oxidationsreihe erstellt werden. Auch hier soll es uns weniger auf die exakten Reaktionsbedingungen als vielmehr auf die Stoffe ankommen, die daraus entstehen. Diese nämlich sind Stoffwechsel-Zwischenprodukte in lebenden Organismen. Durch Oxidation, also Sauerstoffaufnahme, entsteht aus Ethan, C2H6, Ethanol, C2H5OH, bekannt auch als Weingeist oder Ethylalkohol. Daraus wird durch weitere Oxidation, Ethanol oder Acetaldehyd, CH3CHO und schließlich die Ethan- oder Essigsäure, CH3COOH. Zusammenfassend kann man für die Stoffgruppe der Alkane eine allgemeingültige Oxidationsreihe erstellen. Ein Alkan wird durch Oxidation in einen Alkohol überführt. Aus diesem wiederum entsteht durch weitere Oxidation ein Aldehyd. Und wenn man diesen dann auch noch oxidiert, erhält man eine Karbonsäure. Die perfektesten Oxidations- und Reduktionsvorgänge finden jedoch nicht im Reagenzglas, sondern in unserem Körper statt. Erinnern Sie sich an die Atmung. Der eingeatmete Sauerstoff gelangt in die Lungenbläschen und von hier aus in die Blutbahn. Rote Blutkörperchen binden die Sauerstoffmoleküle und transportieren sie an den Ort des Verbrennungsgeschehens. In die Zelle, genauer in die Mitochondrien, die sogenannten Kraftwerke der Zelle. Hierher gelangen schließlich nach mehreren Reaktionsschritten auch Wasserstoffatome, die aus den Nahrungsmolekülen, zum Beispiel aus Zuckermolekülen, abgespalten wurden. An ein Enzym mit dem Namen Nikotinamidadenindinukleotid oder kurz NAD, gebunden als NADH2, kommen sie hier an. Die Elektronen der Wasserstoffatome werden diesen von Enzymen entzogen und über mehrere Stufen auf die Sauerstoffmoleküle übertragen. Dabei entstehen negativ geladene Sauerstoffionen und positiv geladene Wasserstoffionen. Diese Ionen ziehen sich schließlich gegenseitig an und es entsteht Wasser. Dabei wird energiefrei, in Form von ATP, die dem Körper für Stoffwechselvorgänge zur Verfügung steht. Wasser scheidet der Körper bekanntlich aus. Ist Ihnen aufgefallen, dass es sich bei dieser Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff um eine entschärfte Knallgasreaktion handelt? Vielleicht erinnern Sie sich, wie im chemischen Experiment Wasserstoff und Sauerstoff miteinander reagieren. Schauen wir es uns noch einmal an. Hier in der Flasche ist Wasserstoff und ich öffne den Hahn und er wird aus Sicherheitsgründen durch diese Wasserflasche geleitet und tritt hier aus. Und wenn ich ihn nun mit dem Reagenzglas auffange, den Wasserstoff, und ihn nun entzünde, haben Sie es gehört? Die Knallgasreaktion. Aber ziehen wir nun Bilanz dieser letztendlich gleichen Verbrennung in der Zelle. Ein Traubenzuckermolekül C6H12O6 wird mit sechs Sauerstoffmolekülen O2 aus der eingeatmeten Luft verbrannt. Dabei entstehen sechs Wassermoleküle H2O und sechs Kohlendioxidmoleküle CO2, die ausgeatmet werden. Das Traubenzuckermolekül wird also oxidiert, der Sauerstoff reduziert. Dabei wird Energie in Form von Adenosintrifosphat oder kurz ATP frei. Das Kohlendioxid wird in der Lunge von den Blutkörperchen in die Alveolen abgegeben und ausgeatmet. Wie elegant hat doch die Zelle diese Redoxreaktion gelöst. Kein Knall, kein Feuer, aber Energie in einer Form, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann. Sind sie nicht wahre Wunderwerke, unsere Körperzellen? Mit einem kleinen Tipp zum Thema Redoxprozesse möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Falls das Telekolleg merkwürdigerweise nicht Ihre ganze Energie erfordert, so nutzen Sie doch einfach die überschüssige Energie aus den Redoxprozessen Ihrer Körperzellen. Sie können damit einen Heimtrainer betreiben und damit gleichzeitig auch ein Fernsehprogramm und sich während des Trainings die Telekolleg-Sendungen anschauen. Und so kommt neben Telekolleg und Fernsehprogramm auch die körperliche Ertüchtigung nicht zu kurz. Telekolleg, ein Rundumpaket für den gesamten Menschen. Woher kommt die Redensart, einen Stein im Brett haben? Die Redensart stammt von einem Würfelbrettspiel aus der Antike, das Puffspiel oder Trick-Track kreist und im Mittelalter sehr beliebt war. Es entspricht dem englischen Begem. In der Türkei als Tavli bekannt, wird das Spiel auch heutzutage sehr gerne gespielt. Ein Stein bei jemand im Brett haben ist ein geflügeltes Wort, übernommen aus der Umgangssprache des alltäglichen Lebens. Es bedeutet, gut angeschrieben sein, wohlwollen genießen, bevorzugt werden. Das erste Mal taucht die Redewendung 1529 in der Sprichwörtersammlung von Johann Agricola auf. In dem Spiel geht es darum, Steine zu versetzen und so aufzustellen, dass der Gegner blockiert wird. Gespielt wird mit je 15 weißen und schwarzen Steinen.